Hi, ich bin die Niki. Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden jetzt gleich eine Easy-Step-Choreo machen, die ich sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch anleite, sodass jeder gut mitkommen kann. Wir werden wieder drei Blöcke machen mit 125 Beats per Minute. Das heißt, wir werden nicht ganz so schnell sein. Falls es dir aber doch noch zu schnell sein sollte, dann hast du über YouTube die Möglichkeit. Du weißt es wahrscheinlich schon. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann ist die einfachste Form, mich zu abonnieren und natürlich auch weiter zu empfehlen. Also, drück auf jeden Fall auf Abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Falls du jetzt irgendwelche Einschränkungen haben solltest, dann bitte pass auf dich auf. Und jetzt würde ich sagen, lass uns starten. Wir starten jetzt mit einem ganz kleinen Warm-Up. Wir starten mit einem kleinen Warm-Up. Einatmen und ausatmen. Mach dich ganz lang, nimm die Arme mit. Inhale. And exhale. Bleib mal oben. Stay here. And stretch to the ceiling. Streck dich mal ganz, ganz lang. Alles aus in deinem Netz ziehen. Und march. Und march. March auf rechts. Ganz locker auf der Stelle. So, wir wollen uns erst mal ein bisschen warm machen. Und wir wollen uns an die Musikgeschwindigkeit gewöhnen. Nimm mal rechts und links das Knie hoch. Knie up. Right and left. Nimm nur deine Knie rechts und links ganz easy nach oben. Wir wollen das Ganze mit den Armen mitmachen. We just want to do the arms with us. So, cross the arm, the right leg and the left arm. Versuch hier zu überkreuzen. Ganz easy. Möchte, dass der Kopf auch ein bisschen ankommt. Und keine Ahnung, ob du jetzt einen stressigen Tag hattest, wo du ihn noch vor dir hast. Nimm deine Arme jetzt mal länger. So, stretch your arms. So, right and to the left. It's perfect for after business. After office for the brain. The last eight. Die letzten. Up. Four. Three. Two. And march. Marsch hier. Perfekt. Good. Wir tippen mal rechts und links zur Seite. Noch haben wir noch nicht so viel mit dem Step Back zu tun, ich weiß. Aber keine Angst, das kommt noch. Vier. Drei. Tap on the right and on the left. Left, right and left. Nimm dein Oberkörper schon ein bisschen mit. You can join your upper body to the right and to the left with a little bit of rotation. And with your elbow also. Nimm deinen Ellenbogen auch noch ein bisschen mit. Und komm in die Rotation mit deinem Oberkörper. Nimm mal richtig schön den Arm lang. Hopp, hopp, hopp. So, wir tippen mal rechts und links nach vorne, nicht mehr zur Seite. Die letzten vier, drei, zwei, tap on the stepper, right and left, right and left, just in the middle. If you want to do it more intense, you can pull up your step if you want. Wenn du möchtest, wenn du möchtest, dass du es ein bisschen intensiver haben, kannst du natürlich auch den stepper nach oben stellen. Nimm mal die Arme mit, rechts und links, richtig schön vor und rück. So, versuch mal dein Bein zu strecken, rechts und links. Try to stretch your knees. And your arms go with you. In a little swing and rotate position, right and left. That's my first English video since I don't know, one and a half month. So, my English is not so good today. Up. But you just have to follow me. I think you can understand. So, gib mir mal, tap up, tap up. Es ist wirklich das erste Mal wieder Englisch seit anderthalb Monaten oder so. Also, es ist wieder witzig, mal so ein bisschen reinzukommen. Aber, egal ob Deutsch oder Englisch, du verstehst die Schritte ja so oder so. Wir sind ja auf Englisch. Und du kennst sie genauso. So, jetzt wollen wir erstmal in den Rhythmus reinkommen. Tap up. Der erste Block mit ganz schön vielen Kicks haben. Und da kommen wir mit dem Kneelüft heran. Kneelüft. All knee lift. The first part has a lot of knee lift and kicks. So, for the warm-up, it's important to do a lot of knee lift. Kneel hoch. Be careful with your foot. Full foot on the step. Versuch immer den ganzen Fuß auf dem Stepper zu haben. Kneel hoch. Sehr gut. Rechts und links. Weiter geht's. Wir nehmen die Arme mit. Auch hier in die Rotation. Wenn du schon warm bist, kannst du das Warm-up auch immer überspringen, gell? Ich hab unten die Timestamps drin. So, dass du immer gleich schon zu Block Nummer 1 springen kannst. Tap, tap. Zap, zap, zap. Die letzten vier. In drei. Zwei. Kick. So, sehr gut. Kick einfach mal rechts und links. You need a lot of space. Du brauchst richtig schön viel Platz. Deswegen, genau so viel Platz brauchst du definitiv. Und du brauchst halt ein bisschen Platz nach vorne. Wird sich zeigen. Hopp, kick. Und hopp, kick. Tap up. Tap up. Ich komm, wenn es schwerer wird, zu dir. I will join you back to face if it's more difficult. But now, at first, give me a repeat of three. Repeat. It's drei mal nie. Drei. Zwei. Eins. Three knee lift. Three knee lift. Knee. 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 One more time. Right and left. And then, give me basic. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Perfekt. Repeat. One more time. Einmal. Und basic. Links, rechts. I need your mirror. Ich bin dein Spiegelbild. Wir sind face to face im Moment. Gib mir nochmal Repeater. Aber ich komm gleich zu dir. Ich bin schon der erste Schritt. Basic. Geht über den Step. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Tap up. So, wir starten mit Block Nummer eins. Who started with part number one? We need a lot of knee lifts. Gib mir. Knee lift hier. Knee lift hier. Let's go. Knee lift. And knee lift. Perfect. Three. Two. One. And kick. Wie in warm up. Like in the warm up. Stay on this variation. Bleib hier und schau mal zu, was sich verändere. Look. Kick. Und kick. Kick. Und kick. Kick. Und kick. One more. Tap up. Das ist die erste Variation. Kick. Kick. Open up. Kick. Back. Okay. Nochmal. In. Four. Three. Two. Let's go. Kick. Open up. Kick. And come back. Kick. Open up. Kick. Und back. So. Öffne auf. Kick. Öffnen. Tough. Turn up. Das ist unser erster Schritt. Das ist unser erster Schritt. We need this step right now. And now we want to put some steps behind us. Let's go. Nummer eins. Kick. Open up. Knee lift. Knee lift. Repeat. Drei. 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 Eins. Tap up. Nochmal. Von. Vorne. Kick. From the beginning. Kick. Kick. Repeat. Drei. Drei. Eins. Tap up. Nochmal genauso. From the beginning. Kick. Open up. Kick. Und knee. Knee. Repeat. Drei. 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 Eins. Tap up. Three. Two. Let's go. One more time. Step. Open up. Knee. On knee. Repeat. Tap up. So. Stay on your variation. Bleib bei dem, was du kannst. Knee lift. Repeat. Tap up. Der erste Knee lift bis zum Kick. Let's go. Kick. Kick. Open up. Kick. Kick. Kick again. Knee lift. Repeat. Let's go. Tap up. Now it's really warm. Go. Tap. Kick. Now it's a little bit better. Es ist total heiß hier. Das hält uns nicht auf. Wir steppen weiter. Kick. Knee lift. Repeat. Tap up. Das ist doch gut, Heidi. Schau nochmal hin. Bleib bei dem, was du kannst. Kick. Und knee lift. Knee lift. Repeat. Tap up. So, den end. Let's go. Kick. Open up. Kick. Kick here. Go back. Knee lift. Knee. Three. Two. One. Tap up. Bleib mit deinem Körper in der Richtung des Kickens. Du kickst. Und in die gleiche Richtung machst du den Knee lift. Knee lift. Knee. 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 Tap up. Three. Two. One. Let's go. Kick. Knee lift. Links. Immer das Knie, was zum Rücken ist. Step towards. Das geht hoch. From knee to the step. Let's go. Use. Uh oh. Sorry. Mikrofon check. Krach, krach. Three. Two. One. Let's go. Kick. Open up. Kick. Knee to the step. Left. Repeat. One more change. Wir haben nur noch eine Veränderung. Und da haben wir schon Block Nummer 1. Top kick. Knee. Und. Wir wollen nicht dreimal kicken, aber das können wir auch machen. Einmal kick, einmal knee, okay? One kick, one knee. One kick. One knee. One kick. Top up. That's it. Let's go. Kick. Open up. Kick. Knee. Right. Right. Woo. Kick. Knee. Kick. Have up. Three. Two. One. Let's go. Das ist schon Nummer 1. Mehr gibt's nicht. Kick. Knee. Kick. Have up. Nochmal rechts und links, okay? Let's just march. Last time. Just part number 1. Step up. Kick. Knee. Kick. Tap up. Let's go. Kick. On kick. Nochmal. Knee. Links. Tap. Knee. On kick. Tap up. Tap up. Little break. Kurze Pause. Du kannst natürlich immer noch deine Arme mit dazu nehmen. Wollen wir das mal machen? Ich denke, du sagst ja. Ich muss mich aber hier gerade nur nochmal ein bisschen. Oi, oi, oi. Bin ich froh, dass ich heute nicht kurz in Ruhe sage. It's so hot. 33 degrees. I don't know how much it is right here. I think more or less. Gut. 33 Grad hast du bei mir. Wir machen nochmal Block Nummer 1. Wenn du möchtest, mit der Arme, okay? Mal rechts, links. Die letzten. Vier. Drei. Und dann machen wir das Ring für Hose. Okay? Let's go. Kick. Open up. Kick. Hup. Knee. Und kick. Zack. Tap. Zerba. So, jetzt wollen wir mal richtig schön die Arme mitnehmen. Kick. Und kick. Tap. Und knee. Man kann sie immer schön auf und ab. Tap up. Einmal noch rechts, einmal noch links. With arms. Kick. Just up and down. Kick. Come up. Kick. Up. Tap up. I will miss one kick. Let's go. Up. Just if you want with their arms. How ever you feel. Du kannst die Arme mitmachen, wie du möchtest, okay? Tap up. Du musst sie nicht die ganze Zeit hoch und tief schieben, du kannst sie auch rechts und links, wie du magst. Aber du merkst, dass du mit anstrengend. Gut, trink mal ein Stückchen, oder? Drink something. Das mit meinen Ärmel hält auch nicht so wirklich. Naja, müssen wir durch. So, Block Nummer 1 ist geschafft. Wir machen mit Block Nummer 2 weiter. Part Nummer 2. March. So. Jetzt machen wir das Ganze runter. So geht's dann nicht. Jetzt bin ich nur am kummeln. Wir starten. 3, 2, 1. Tap up. Block Nummer 2 besteht aus Basics. Basics, 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 Basics. Nie, das machen wir jetzt mal, okay? A lot of Basics. Part Nummer 2. I will join you. Ich werde gleich hierher kommen. 1, 2, 1. So, der left. 4, 3, basic, right. Hop, hop. 5, 5. 1, knee lift. Tap up. Basic left. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Full foot on the step and on the floor. Knee lift. Tap up. Perfect. Basic. Rechts. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. 1, 1 more. Knee lift. Tap up. 3, 2, 1. Last side. Hop, hop. 1 more. Knee lift. Tap up. Tap. 3 basics. 3 basic. 3. 3, 2, 1. Knee lift. Nochmal basic. 3, 2, 1. Und knee lift. 3, 2, 1. Knee lift. Schau mal zu. Hop, hop. Tac, tac. Hop, hop. Basic. Knee lift. Nochmal. Up, up. Zack, zack. Basic. Knee lift. Up, up. Open up. Basic. Knee lift. One more time. Up, up. Zack, zack. Basic. Knee lift. One more time again. Einmal noch. Basic. Und knee lift. Perfect. Marschier. So. March. Dazu nehmen wir heute die Arme mit. We will add some arms today. Just the arms. March. And come. Up. Side. In. And down. Up. Side. Side. In. A little bit faster. Schneller. Up. Side. In. Down. Down. Seite. Mitte. Tief. Up. Side. In. And down. Hop. Tap up. Down. If it doesn't work. If it doesn't work. Arms and legs. Don't. Don't care. Just do the legs. Okay? So. Basic. Oben. Seite. Mitte. Und tief. Basic. Knee lift. One more time. Left. Up. Side. In. Down. Basic. Knee lift. One more time. Up. Side. In. And down. Basic. Knee lift. One more time. Up. Side. In. And down. Up. Up. Knee lift. Let's go. Let's go. Mach dich nicht verrückt, weil es mit den Armen nicht funktioniert. Hoch. Seite. Mitte. Und tief. Zack. Zack. Und knee lift. Nochmal. Rechts und links. One more time. Right and left. Basic. Knee lift. One more time. Up. Side. Up. Basic. Und knee lift. Tab up. Perfekt. One more time. Face to face. Ich würde sagen, wir machen es einmal. Du als Spiegelbild, dass du nochmal die Arme siehst, wie das geht. Three. Two. Let's go. Up. Up. Side. In. And down. Basic. Knee lift. Oh. Up. Up. Side. In. And down. Basic. Knee lift. Tab up. Ich habe schon wieder ein bisschen weitergegangen. Wir changen den Basic in ein Mambo. Wir changen den Basic in ein Mambo. Also Mambo. Knee lift. Zack. Zack. Mini Änderung. Little change. Hop. Zack. Hop. Mambo. Knee lift. Nochmal. Up. Zack. In Mambo. Knee lift. Tap up. Ich werde ein paar Tap ups dazwischen machen, damit es nicht ganz so schnell geht, die Änderung. Wir bleiben die ganze Zeit in der Mitte. We stay with all steps. In the middle. Not on the corner. In the middle. Let's go. Just a few steps up between. So Mambo. Knee lift. Now tap up. Short break. 3, 2, 1. Let's go. Come on. Up. Mambo. Knee lift. Tap up. 1, 2, 1. 2, 1. Let's go. Up. Zack. Hop. Mambo. Knee lift. Tap up. 3. Up. The best part of the music. Das ist immer der beste Part. Ich mag den. Ich lieb den. Zack. Zack. Hop. Hop. Mambo. Knee lift. Tap up. Wir möchten ein paar Basic zwischendrin reinmachen. So be careful. Let's go. Basics. In between. Now Basic. Hop. Now Mambo. Mambo. Knee lift. Tap up. One more time. Like this. Noch einmal genau so. Hop. Zack. Basic. Mambo. Front. Back. Knee lift. Tap up. Shake, shake. Hop. Zack. Basic. Mambo. Hoo. Tap up. Basics. Wenn sie we step. Let's go. Hop. No basics anymore. We step. Hop. Hop. Mambo. Knee lift. Oh, oh, oh. Fast change. So, let's go. Basic. One wee step. Slow. Right. Left. Right. Left. Mambo. Knee lift. Tap up. One more time. Let's go. Up. Side. We step. Slow. Mambo. Knee lift. Tap up. One more time. Let's go. Up. Side. Slow. Tap. Tap. Mambo. Knee lift. Tap up. Stay on this variation. Bleib bei dem, was du kannst. We step. We step. Mambo. Knee lift. Tap up. Tap up. Tap up. So, wir wollen jetzt eine kleine Änderung machen. Nach dem We step machen wir ganz schnell. Shake, shake, kommen, tief, weiter. Wir probieren es. Vier. Drei. Let's go. Up. Side. Tap. Slow. Tap. Jetzt schnell. Zack, zack, tief, tief. Mambo. Knee lift. Tap up. Schau so. Nochmal. Komm hoch. Hoch. Seite. Mitte. Und tief. Tap. Tap. Shake, shake. Da-dam. Mambo. Knee lift. Tap up. Tap. Let's go. Let's go. That's part number two. Slow. Slow. Shake, shake. Da-da-da. Boom. Knee. Tap up. Go, go. Up. Side. Zack, zack. Down. Bam. Bam. Shake, shake. Die dip. Zack. Knee lift. Tap up. That's part number two. One more time. Let's go. Slow. Slow. Shake, shake. Da-da. Dum. Mambo. Knee lift. Tap up. Let's just mal auf links. Go. Das ist Nummer zwei. Merk. Hop. Hop. Pump. Pump. Tap up. Gut. Wir haben eins, zwei. Trink mal was, oder? Also ich muss eine kleine Pause reinmachen. Ich weiß, ihr werdet die Choreo vielleicht auch mal machen, wenn es nicht so warm ist. Aber jetzt ist es gerade richtig heiß. So. March. Perfekt. One. And two together. Wir wollen jetzt ganz kurz machen, trinken wir noch mal eins, zwei zusammen. Und dann machen wir Block Nummer drei. Shabab. Kommen gleich zu dir. Wir starten. Kick. Open up. Let's go. Sport Nummer one. Hop. Open up. Kick. Uh, knee. Kick. Knee. Kick. Step up. Da will kein Kick raus. Okay, nochmal. Kick. Open up. Kick. Kick. Nochmal Kick. Jetzt. Hups. Kick. Knee. Und kick. Tap up. Number two. Come up. Arms. Slow. Ham, ham. Bam, boom. Knee lift. One more time. Einmal noch. Go, go. Up. Side. Middle. Tuck. Tuck. Hop. Up. Mambo. Knee lift. Tap up. Knee lift. Knee lift. Repeat. Three. Drei. Drei. Ein. Knee lift. Knee lift. Repeater. Drei. Nochmal. Five. Repeat. Knee lift. Stay on lift variation. Slide by knee lift. Knee lift. Repeat. Mambo cha-cha. Mambo cha-cha. Mambo. Drei. Drei. Mambo cha-cha. Oben. Cha-cha. Oben. Repeat. Wir haben so wenig Knochen auf dem Steffel. Deswegen wollen wir einen oben und einen unten. Repeat. Oben. Up. And down. On the floor. Repeat. Three. Two. One. Up. And down. Repeat. Slide. Just one more time. Up. And down. We will come with the Mambo cha-cha in the middle. We come with the Mambo cha-cha in the middle of the steppers, okay? Come to me in the middle of the steppers, okay? Mambo. Mambo. Jetzt hast du mit den Platz hinter dir. Und du wirst dich vielleicht nicht mehr sehen. Mambo. Stück, Stück, Stück. Deswegen komme ich jetzt zu dir. Tap up. I will come with the Mambo cha-cha. And so you can follow me a little bit easier. Maybe. Three. Two. Three. Two. One. Mambo cha-cha. Hop. Cha-cha. Mambo. Repeat. Repeat. So. Nochmal. In die Mitte. Zack. Zack. Geh immer, wenn dein rechter Fuß oben ist, drehst du dich über rechts. Right foot. Right turn. Left foot. Left turn. Repeat. Perfekt. Nochmal. Kleine Veränderung im Repeater. Mambo. Mambo cha-cha. Mambo cha-cha. Mambo cha-cha. Nie oben, nie unten. Tap up. We just practice some Repeater. Wir wollen jetzt nur noch Repeater machen, um den Repeater zu verändern und ihn zu üben. Noch vier. Noch drei. Vier. Drei. Repeat. Unser. Nie oben. Nie unten. Nie oben. Oben. Unten. Oben. Ab. Sank. Nochmal. Oben. Unten. Sank. Kleine Änderung. Denkt dran. Wir machen die Kurio nicht nur, damit wir die Kurio haben, sondern wir wollen Training haben. Das heißt, wenn mal zwischendurch ein bisschen Pause ist und du den Schritt richtig schön beherrschst, dann freu dich und gib noch mehr Energie. Oder nimm die Arme mit. Und zwar so, wie du dich fühlst. Hopp. Hopp. Arm hoch zum Beispiel. Zack. Hoch. Hoch. Elvis. So. Kleine Änderung. Oben. Unten. Oben. Du drehst dich auf dem Step-Up. Du kannst kurz noch über die Schulter linsen. Einen. Elvis. Knee. Elvis. Knee. Elvis. Knee. Elvis. Knee. Turned up. That's all. Es ist alles. Mambo Chacha. Repeat Elvis. Und dann haben wir's. Die ganze. We have the full choreo. Three. Two. Mambo Chacha. Let's go. Mambo Chacha. Dreh dich weiter. Knee. Elvis. Knee. Mambo Chacha. Dreh dich weiter. Knee. Elvis. Knee. Turned up. Das ist Part 3. Wir üben nochmal. Nochmal. Keine Angst. Noch vier. Noch drei. Vier. Drei. Mambo Chacha. Mambo Chacha. Mambo Chacha. Knee. Elvis. Elvis. Nie. Nochmal. Mambo Chacha. Nie. Elvis. Nie. Elvis. Gut. Sollen wir nochmal? Zweimal. Zweimal noch. Einfach durch. Vier. Drei. Okay. So. Part 3. Again. Let's go. Mambo Chacha. Try it with the arms. Up. Mambo. Chacha. Mambo Chacha. Neen. Elvis. Neen. Elvis. Mambo Chacha. Mambo. Neen. Elvis. Selber. Stopp. Gut. Wenn du möchtest, trink nochmal was. Ich glaub mein Trink ist Leo. You can drink something. Ein bisschen an. Gut. Lass mal auf. Finale. Finale Part 1. Marschieren. Wir wollen alle Blöcke zusammen. Part 1, Part 2 und Part 3. Together. With tap up and a little break. So. Calming down. Schwer. Wir machen 1, 2 und 3. Mit den tap ups. Das ist schon mit der kleinen Rücke. Okay. Mit der kleinen Pause. Nummer 1. Let's go. One. Kick. Kick. Knee. Repeat. Kick. Knee. Kick. Tap up. Part 1. Open up. Kick. Knee. Kick. Knee. Kick. Knee. Knee. Tap up. Part 2. Come up. Up. Side. Top. Push. 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 Back. Mambo. Knee lift. Tap up. Part 2. On the left side. Let's go. Up. Up. Go. Chuck. Chuck. Mambo. Knee lift. Tap up. Mambo. Chuck. Push. Go, go. Mambo. Chuck. Knee. Elvis. Knee. Mambo. Knee. Elvis. Knee. Elvis. Knee. Tap up. Wir hauen die Tap ups raus. Wir machen das große Finale. Without Tap ups anymore. To test part 1, part 2, part 3. Wollen wir gleich schneiden. Ihr folgt mir einfach, okay? Wir machen es so. 1, 2 und 3. 1, 6, 2 links. Ihr folgt mir einfach. Mach dich bereit. Let's go. Kick. Kick knee. Oh knee. Kick knee. Zack. Nummer 2. Up. Seite. Up. Slow. Pump. Pump. Mambo. Knee lift. Number 3. Mambo Chuck Chuck. Mambo Chuck Chuck. Mambo Chuck Chuck. Number 3. Mambo Chuck Chuck. Number 3. Mambo Chuck Chuck. Mambo Chuck Chuck. Mambo Chuck Chuck. Mambo Chuck Chuck. Number 1. Go, go. Up. Knee lift. Up. Kick knee. Number 2. Up. Front. Float. Up. 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 down. Up. 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 Kick, kick, knee, up, up, down, push, push, knee lift, bambu cha cha, sack, sack, come up, down, let's go. Number one, bam, bam, kick, up, up, shake, shake, cup, cup, und mamu, mamu cha cha, einmal noch, okay, einmal. Come on, one more time, last one, kick, jetzt noch mal vollgas, thumb up, mamu, knee lift, mamu cha cha, kick, cup, kick. Und arm, up, Seite, cup, slow, slow, sack, sack, maramu. Wir vergessen die Schlusspose, nicht? Schlusspose, sack, 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 und knee, abs, Schlusspose. Juhu. Geschafft. Ai, 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 der ist dabei auch irgendwo. Thank you. Thumbs up. Daumen hoch, atme tief ein, und aus, atme tief ein, und aus, letztes Mal, last time, last one, and march. Thank you for joining. It was so fantastic. Danke fürs mitmachen. Gerne, gerne, lass mir doch einen Daumen hoch da. Und wenn du möchtest, abonnieren. Du unterstützt mich sehr, wenn du mich abonnierst. Aber natürlich auch, wenn du möchtest, mir eine kleine Spende zuschickst. You can also support me via Paypal. Thank you. And bye, bye, see you next time. Fast hatte ich vergessen, was zu sagen. Und zwar, nächste Woche kommt das Video ein bisschen schwerer. Das heißt, du kannst dich jetzt diesen Monat wieder steigern. Ich habe auch noch ein Advanced Video für dich. Also, dranbleiben lohnt sich. Bis dann. Ah, ganz schön schwitzi. Bis dann.